Eine Minute später auf der anderen Seite, Breel Mbolo, Stibitz der Aarauer Verteidigung, den Ball weckt und erzielt die Basler Führung, nicht! Unglaublich aber wahr, da lässt sich der 17-jährige Youngster von Nganga noch abfangen, 17-jährig hin oder her, das darf so natürlich nicht passieren. Glück für den FC Bayern mit Bulwitis, schlecht sein Zuspiel auf Wieser, Delgado dazwischen, Delgado und wieder Breel Mbolo, jetzt mit Erfolg. So kennen wir den jungen Ausnahmestürmer des FC Basel, kaltblütig im Abschluss, ein junger Mann mit großer Perspektive am Ursprung des Treffers. Das ist natürlich der Fehler in der Aarauer Hintermannschaft und dann Breel Mbolo mit dem ersten Treffer der neuen Super-League-Saison.